Wir sind bei mehr Demokratie zu wenige für das, was wir zu tun haben. Wenn das Volk wirklich der Souverän sein soll, dann müssen die Bürgerinnen und Bürger in der Politik auch das erste und das letzte Wort haben können. Dann braucht es neben Parlamenten und Gemeindevertretungen die direkte Demokratie, damit wir notfalls die Sache selbst in die Hand nehmen können. Das will mehr Demokratie durchsetzen. Aber dafür müssten wir mehr sein. Wir sind gerade mal 8.000 Mitglieder. 20 Reformen haben wir durchgesetzt und faire Regeln für Bürger- und Volksbegehren erstritten in Hamburg, Bayern, Thüringen, Berlin, Schleswig und NRW. Das kann nur der Anfang sein. Das muss weitergehen. Bürgerrechte werden uns doch nicht geschenkt. Sie müssen erkämpft werden. Glauben Sie, die CDU, die seit Jahrzehnten bundesweite Volksabstimmungen verhindert, kommt von allein zur Besinnung? Wir müssten 17.000 sein. Besser noch 70.000. Ist das vermessen? Keineswegs. Wir machen schließlich den Weg frei für alle, die sich engagieren oder Politik korrigieren wollen. Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Initiativen. Sind Sie noch da? Haben Sie nicht auch Lust, das Land zu verändern? Und wann wollen Sie damit anfangen? Nun sagen Sie schon. Warum nicht jetzt gleich? Klar geht das. Als Mitglied von mehr Demokratie. Jedes Mitglied stärkt unsere politische Kraft. Wir haben viel zu tun. Unsere Einflussrechte stärken, den bundesweiten Volksentscheid einführen, Bürger- und Volksbegehren fair gestalten. Genau dafür sind wir da. Nur wir sind zu wenige. Ich sage es gerade heraus. Werden Sie Mitglied. Am besten jetzt gleich. Es würde uns freuen.